Jetzt kommen wir zu einem der heißesten Namen in der Bundesliga in den letzten Jahren. Oliver Runert ist jemand, dem die Anerkennung von allen Seiten nur so um die Ohren schwappt. Alle Leute honorieren, dass er der Architekt ist, der Baumeister der Entwicklung, die Union Berlin genommen hat in den letzten Jahren. Von einem Emporkömmling in der Bundesliga hin zu einer Mannschaft, die jetzt in der Champions League spielen darf. Er kommt aber eigentlich aus NRW und war lange in der Nachwuchsabteilung von Schalke 04 tätig und ist immer noch weiterhin regelmäßig in seiner Heimat Iserlohn, weil er dort für die Linke im Stadtrat sitzt. Oliver Runert. Also ein Mann, der wirklich auf vielen Sätteln gerecht wird, wie man glaube ich sagt. Aber damit ist auch noch nicht genug. Er pfeift auch ab und zu noch Kreisligaspiele. Als Schiri, wenn er also gerade nicht Sportdirektor ist und nicht Politiker, pfeift er. Und das ist so geschehen am letzten Wochenende in der Kreisliga Soest beim Spiel TUS Wicke der Ruhr gegen den TUS Bremen. Bremen als Ortsteil der Gemeinde Ense. Und Dennis Stephan hat ihn für uns dort beobachtet. Hallo Arndt. Ja, heute mal nicht in der Funktion als Manager von Union und auch nicht als Kommunalpolitiker oder sonstige Dinge, sondern heute Schiedsrichter, Kreisliga Asos, Derby, TUS Wicke der TUS Bremen. Das ist mein Sonntagnachmittag heute. Schönen Gruß in die Sendung. Seid ihr extra hier wegen denen? Ja. Ja, ist doch mega. Ist doch schön. Die Jungs warten schon auf Sie. Das kann nicht sein. Wir haben ja noch zwei Minuten. Foto Spiele. Ähm, okay. Würden Sie den Ball wieder weiter nach hinten legen, bitte? Danke. 21? Hey, guck mal 21. Komm her. Einmal die Aktion. Weg bleiben in den Situationen. Ja, ja. Weiter. Wenn er pfeift, muss er rot geben. Von daher, alles gut. Kann ich mit leben. Alles klar. Das heißt, er pfeift in Ordnung? Ja. Ich komme mit ihm super zurecht auf den Platz. Auch wenn er mir jetzt rot gegeben hat. Aber er macht seine Sache schon gut. Von daher, ich bin ihm nicht böse deswegen. Du fällst nur hierhin, sonst gar nichts. Ja, da war man Schalke. Sie sind auch Schalke? Ja, sicher. Traurig, dass der nicht mehr auf Schalke ist? Ja, leider. Der hat eine Ahnung. Jetzt sind nur Traumtanzer in Schalke. Bis jetzt macht er einen guten Eindruck. Auf jeden Fall. Spiel hat er auf jeden Fall im Griff. Aber laufen tut er nicht so viel, oder? Der Schiedsrichter. Der hat ja auch nicht so lange Beine. Er kann ja nicht so große Schritte machen. Der Job lässt sich nicht los, ne? Verfolgt immer, ne? Das ist so ein bisschen. Kann man hier miteinander verbinden. Kann ich auch ein bisschen in die Bundesliga schauen. Das ist auch ganz gut. Spricht du gerade mit mir eigentlich, oder was ist los? Sag mal! Nach den ganzen Jahren, heute ist das Fernsehen da, es hat den ganzen Jahren noch nie gegeben und heute geht die Sohle ab. Also das ist wirklich hier ein schlechtes Omen. Das muss ich mal festhalten. Nach zehn, zwölf, jahres weiß ich wieviel Jahren. Also das ist sensationell. Und dann muss ich natürlich noch gucken, hier hat mir die Sohle nicht komplett abfällt. Unglaublich, ehrlich. Tut uns leid. Ja, will ich auch schwer hoffen. Alles Gute. Alles Gute. So, tschüss. Sonntag ist fast rum. Also fast rum. Es gibt natürlich noch, zeigt das wunderbare Welt des Fußballs am Abend. Aber ansonsten ist der Tag ja fast gelaufen. Tschüss zusammen. Ciao. Ciao. Es ist jetzt alles sehr kompliziert, aber ich kann euch verraten, dass ihr, wenn ihr jetzt ganz geschickt klickt, dass ihr sowohl die ganze Zeigler-Sendung in der ARD-Midiathek sehen könnt, aber auch Videos, die euch möglicherweise auch gefallen könnten. Müsst ihr euch entscheiden.